Jetzt pass mal auf, das hier sind Kinder, die werden gern mal übersehen. Die Pandemie macht das noch schlimmer, sie fangen an, die Wände hochzugehen. Hu, Kita, Schule, alles zu. Eltern im Homeoffice, die Sachen lassen mich in Ruhe. Keine Freunde treffen, oh Backe, immer allein zu Hause ist. Wer braucht Online-Unterricht, kriegt den aber nicht. Wer sind die wahren Helden? Wer hat trotzdem nichts zu melden? Wer hängt vom Tablet bis zum Koma, unter Abstand zur Oma? Kinderschüler sein ist eh schon hart, Schule wird kaputt gespart. Willst du da ins WLAN gehen, musst du auf den Tischen stehen. Und es gibt noch ein Problem mit dem deutschen Schulsystem. Hast du ein armes Elternhaus, ist der Ofen aus. Ihr seid gearst, denn ihr seid Kinder. Wenn ihr was sagt, hört keiner zu. Keine Sau. Ihr habt kein Geld und keine Lobby. Denn ihr seid nicht die Autoindustrie. Uh, 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 uh. Und eine kaputte Erde kriegt ihr noch dazu. Ohhhh!